Ich möchte für die Leute da sein, ich möchte einfach nur helfen. Wenn der Kunde sich bedankt, dann bin ich glücklich. Unser Beruf ist wirklich wichtig. Die sind dankbar, dass wir da sind, rund um die Uhr. Die machen einen vernünftigen Job, die helfen uns. Und das ist das, wo ich sage, ich mache das Richtige. Ja, das macht mich dann auch stolz, muss ich sagen. Das ist für mich so, Bäm, so das Nonplusultra. Also ja, das ist cool. Das ist für mich so, Bäm.